Hallo, ich stehe hier neben Nicole Schulz von Schulz & Tisch GmbH. Ihr wartet ja Heizungen, unter anderem. Ich dachte ja immer, es reicht, wenn der Schornsteinfeger kommt, aber das ist ja was ganz anderes. Wie oft muss ich denn eine Heizung kontrollieren lassen? Eine Wartung muss ehrlich gemacht werden. Die wird dann gereinigt komplett und das war es. Eigentlich von innen alles sauber gemacht, von außen ein bisschen sauber gemacht und kontrolliert, ob die Bauteile alle noch funktionieren. Und das ist was komplett anderes, was der Schornsteinfeger macht? Ja, der Schornsteinfeger, der misst nur die Werte, ob die in Ordnung sind. Seid ihr dran? Ja, dann sind wir eigentlich dran oder wir kommen vor der Heizsaison, sage ich jetzt mal. Das machen viele Leute. Wann ist der ideale Zeitpunkt, die Heizung warten zu lassen? Im Sommer? Kann man machen. Jeder Typ ist unterschiedlich oder jede Leute sind unterschiedlich, die das machen wollen. Manche wollen es im Sommer machen, wenn die Heizung nur haben. Oder wenn man warm Wasser hat, dann ist es ja egal, wann man es macht. Aber viele machen es eben, wenn die Heizsaison anfängt. Und du hast ja diese handwerkliche Ausbildung gemacht, die recht schwierig ist, vor allem für Frauen. Wie heißt nochmal die und wieso hast du dich da so durchgekämpft? Die Ausbildung heißt Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Ja, ich habe früher durch meine Eltern bin ich da rangekommen und es hat mir einfach viel Spaß gemacht, der Beruf. Aber es gab doch schon Stellen, also viele Frauen geben ja auf. Es gab doch schon Stellen, wo es schwierig war. Was war da schwierig? Ja, schwierig, sage ich jetzt mal, durch Männerdomäne durchsetzen zu müssen, ist eben schwierig für viele. Manche Männer kommen da eben auch nicht mit klar. Das ist leider so. Aber es wird immer besser, sage ich jetzt mal. Die akzeptieren immer mehr Frauen. Okay, dann Dankeschön und viel Erfolg. Danke. Und wenn Sie mehr über Nicole Schulz und Ihre Arbeit und die Firma wissen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal auf die Webseite.